Adidas X18-1, die Speedwaffe von Adidas würde ich es nennen. Die Adidas X18 sind natürlich Speedschuhe, die besonders auf leichte Konstruktion gebaut sind. Dafür kommt Speedmash zum Einsatz, ein besonders leichtes Material, was dafür sorgt, dass die Schuhe ein geringes Gewicht haben. Zudem kommt eine asymmetrische Schnürung zum Einsatz, die gerade im Offensivbereich euch eine große Kontaktzone zum Ball auch noch mal ermöglicht und im unteren Bereich eine Sprint-Frame Sohle. Sprint-Frame ist eine besonders leicht konstruierte Sohle, die zudem dafür sorgt, dass FG-Knocken darauf aufgebracht sind, die besonders leicht in den Boden reinkommen und durch die man schnell seinen Speed erreichen soll. Für wen sind die Adidas X18-1 gedacht? Für mich ganz klar für den Spielertypen, der einen leichten Fußballschuh sucht, der nicht viel am Fuß haben will. Das heißt, wenn du einen wirklich leichten Schuh suchst, der auch zudem sehr schmal geschnitten ist, dann ist für dich der Adidas X18-1 ganz klar der ideale Schuh.